Wir können auch noch warten, wenn wir wieder einer weniger sind. Aber dann haben wir jetzt noch 6. Nein, wir werden nicht einer weniger sein. Ich bleibe da. Nein, oh Gott. Und wenn, dann wäre ich nicht für Team Deathmatch, sondern erstmal nur für Catcher Flag. Das ist ja auch sozusagen eine Art von Team Deathmatch. Richtig. Ja, nur mit Flaggen und so. Wir werden uns gegenseitig anscheißen, weil alle was falsch machen. Und? Wow, was war das denn? Wahrscheinlich eine Granate. Oh, 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 nö. Ja, doch. Okay, irgendwer hat hier M60. Ich glaube, BMOV ist wieder aus dem Ding rausgeflogen. Auf Skype? Ja, sag mal. Ja, ist er. Ich höre ihn nicht mehr doppelt. Jo, dann sag ihm mal, er ist auf Skype rausgeflogen. Ich glaube, das ist weißer. Ja, ich merke das sofort. Grenzdebilen Stimmen vermisst man schnell. Grenzdebilen. Hehehehe. Schwarz sind. Scheiß, M60. Der fette Chinesen mit M60. Fette Chinesen? Ja. Der fette Chinesen? Der war steamy, der fette Chinesen. Ja. Wow, Blattgranate! Feuer! Egal wohin! Ja, das war meine. Bleib doch mal stehen, du Freak! Hehehehe. Hehehe. Trotz geblendetem Status nicht getroffen. Ganz ehrlich. Nein, gerade deshalb. Du wärst normalerweise tot gewesen, weil du um 60 ausgewischt bist, weil du geblendet umgesprungen bist, als hättest du zu kommen. Hehehe. Das macht man immer, weil man dann denkt, scheiße, irgendwer trifft mich gleich. Ich bin am letzten Platz. Fick doch. Ach du Leute. Der Teleport ist manchmal echt nervig. Oh ja. Ich meine auch, wenn du den hast, weißt du, la la la, rumsteht komplett vorne. Du hast keine Ahnung mehr, wo du bist. Hehehe. Was richtig nervig ist, sind Leute mit Ganzkörperpanzer und M60. Nein, was richtig nervig ist, sind Leute mit Shotguns, die Stevies voll ins Gesicht schießen. Halt mich gerade, das hast du gerade getan. Hehehe. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Nordein. Ich werde sterben. Ich sage dir, keine Ahnung, mir fällt. Nein, was für dich mediano ottG 있을, steht dir. Los, pull up. Wie zu los? Das war gonna Ich werde auf politischer degradation sein. Was? Ich hab grad gesagt Pistolen-Action. Warum? Weil ich mit der Pistole rumgeactiont hab. Ja. Ich liebe es, wenn man einen Typen... Super Schaden, doch geil! Ich liebe es, wenn man einen Typen genau den Target hat und dann das wunderschöne kleine Klick gehört. Klick, klick, klick! Klick, 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 klick! Stehst du? Aha, jetzt stirbst du und... Klick, 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 klick! Verdammt! Was hattest du? Ich hab Leben verloren gekriegt. Daran bin ich auch eben gestorben. Immer. Verdammt! Brauch Leben! Brauch Leben! Ich bin echt genau in dem Moment gestorben, wo... Also dieser Granate gestorben? Muss fetten Chinesen töten. Verdammt, fetter Chinesen hat mich getötet. Wer hat jetzt eigentlich meinen M60 eingesammelt? Du! Ja, ich nicht. Was du? Hast du mir nie aufgefallen, dass ich jede Eurofragen mit du beantworte? Nein. Jede. Wer ist schwul? Du! Irgendwer hat man 60 und ich werde damit abgeschossen. Verdammt! Ich bin so schlecht in diesem Modi! Nein! Leben verloren! Nein! Gott persönlich hat mir die M60 und die Unverwundbarkeit gegeben, um dich zu töten. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Was ist so ein Verwundbarkeit? Ne. Ich hab noch 8 Leben. Und ich renne jetzt in der Granate und 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 und. Das ist echt toll. Wisst ihr, manchmal ist das echt deprimierend. Ich will jemanden mehr schießen. Schieß mit dem M60. Zwei Schuss. Schieß mit dem Sturmgewehr. Einen Schuss. Schieß mit der Schrotfinder. Einen Schuss. Pistole. Jetzt aber. Tot. Das war einfach. Verdamm. Schieß er noch da? Oh mann. Behemot 14 Punkte. Stevie 14 Punkte. Death 11 Punkte. Nune Time 6 Punkte. Schieß er 5 Punkte. C 2 Punkte. Ja sorry! Ich bin in diesem Modus nicht zu gebrauchen. Ich muss wissen, was ich tue. Weißt du doch? Nein! Wissen sammeln und rumschießen. Ja! Nicht denken. Machen. Immer an Brocken aus dem Matrix. M60 mit Superboost. Jetzt geht hier rund. Ich komme. Oh toll. Kann ich mal diese schlute Scheiße runterfallen? Schild. Warum runterfallen? Weil ich da runter wollte. Weil ich da runter wollte. Dann geht man runter. Nein! Da fällt man runter. Verdammt! Ich bin im Aufzug gefallen und liege jetzt unter der Erde. Ich bin so schlecht, Leute. Superschaden M60. Superschaden Revolver. Verdammt! Verdammt! Superschaden M60 gewinnen. Das hätt ich auch sagen können. Ist dir? Irgendwie ist das schon komisch. Es gibt da jemanden, die hat extrem viele schöne Kisten, extrem häufig Vollkörper fand, so an extrem fetten Chinesen. Über wen rede? Ich bin auch vier Kills auch heute. Der ist doch ex-lebt tot. Wahnsinn, was ein Revolver mit einem Schuss gelootet ist. Oder zwei. Ich? Keine Ahnung, wie auch immer man mich gerade erschossen hat. Die Hälfte des Teams besteht aus 13ern. Ich bin dafür, dass sie nachher beim Capture the Flag alle nachher nicht hingehen. Verdammt! Nein! Ich hasse dich, wie du spielst. Wir spielen jetzt hier Capture the Flag und alle 13er müssen in das selbe Team. Alles klar. Wer hat denn 13? Keine Ahnung, 13. Desch hat Desch-Viso und ich nicht. Ich auch nicht. Desch-Viso, das ist ja die einzigste Moda. 50 Mal! Alles klar, ja. Wen können wir denn? Also ich bin im roten Team. Das weiß ich. Ich glaube, kann man das gar nicht aussuchen. Doch, kann man bei den Internetoptionen. Aber du kannst gleich auch, wenn das Spiel gestartet ist.